Wir haben ein großes Problem diesbezüglich heute, das wird was Iman bedeutet, weil wir viel hören, wenn du mit jemandem redest, der macht Sünden zum Beispiel, oder eine Person, der praktiziert nicht die Religion, du sagst ihm, warum praktizierst du nicht die Religion, warum machst du Sünden, der sagt dir, mein Iman ist zwischen mir und Allah, mein Iman ist meinem Herzen. Was meint ihr damit? Das stimmt, Iman ist im Herzen, weil Ursprung des Imans ist, dass du mit dem Herzen bestätigst, aber die meinen, diese Leute meinen was anderes, sie meinen, es ist genug, dass ich im Herzen weiß, dass Allah mein Gott ist und dass ich Allah anbete, es ist genug. Ich brauche nicht zu wirken, ich brauche nichts zu tun. Ich brauche weder zu beten oder zu fasten, noch gute Taten zu begehen, hauptsächlich, ich habe das im Herzen. Und wenn ich sündige auch, das ist meine Sache, nicht deine Sache, und Allah, inshallah, wird mir verzeihen. Diese Glaube, was mittlerweile verbreitet ist unter den Muslimen, diese Glaube nennt man die Glaube von Al-Murji'ah. Al-Murji'ah sind diese Leute, die gesagt haben, die Handlungen vom Körper, die Handlungen vom Körper gehören nicht zu Iman. Auch, manche haben gesagt, die Handlungen vom Herzen gehören nicht dazu. Ist es genug, du sagst, la ilahe lallah, und du weißt, dass im Herzen ist es genug. Und das ist katastrophal. Weil, wenn man so denkt, passt auf jetzt, Iblis, Iblis, hat Iblis gewusst, dass Allah der einzige Gott ist? Ja. Hat Iblis verstanden auch und mit Gewissheit, das verinnerlicht, dass Allah sein Schöpfer ist und sein Gott ist? Ja. Dann, warum ist Iblis Kafer und kein Mu'min? Hat Iblis verleugnet, dass Allah der Gott ist? Und dass Allah ihn nicht erschaffen hat? Oder dass Allah kein Paradies und keine Hölle erschaffen hat? Nein. Iblis hat Allah gesagt, wieso muss ich mich niederwerfen vor Adam? Und Adam ist aus Ton, aus Erde, und ich bin aus Feuer. Und Feuer ist besser als Erde. Aus Überheblichkeit und Arroganz hat er den Befehl, Allah subhanahu wa ta'ala, nicht praktiziert. Das heißt, nur Wissen und nur Zungebestätigung macht dich kein Mu'min und kein Muslim. Und das heißt, nur Zungebestätigung macht dich kein Mu'min und 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 kein Mu'min. Vielen Dank.